Liebe Yoga-Freunde, schön, dass ihr dabei seid. In diesem Video heute brauchst du an Hilfsmitteln nur eine Yogamatte. Besser wäre sogar, wenn du nur auf einem Holzboden stehen würdest oder auf einem Fliesenboden, sodass du deine Füße noch besser spüren kannst. Viel Spaß bei diesem Video. Ich stehe gerade, entweder, wie schon gesagt, auf einer Yogamatte oder auf einem Holzboden, was ideal wäre. In der Originalbergstellung, Tadasana, stehst du mit geschlossenen Füßen. Das heißt, die Großsehen berühren sich, die Großsehenbein berühren sich, die Innenfersen und auch ganz leicht die Inknöchel. Hast du Rückenprobleme, ist es vom Vorteil, die Füße hüftbreit zu öffnen. Sonst, wenn du keine Rückenprobleme hast, halte deine Füße gänzlich geschlossen. Ich wiederhole, die Großsehen berühren sich, die Ballen der Großsehen berühren sich, Innenfersen berühren sich. Jetzt noch ein kleiner Einwand. Hast du vorn einen Hallux, dann halte die Großsehen für dich zusammen und öffne die Fersen etwas. Spür deine Füße. Du stehst auf der Erde, also spür deine Füße. Bring dein Bewusstsein abwärts hin zu den Füßen. Spüre, fühle, nimm deine Füße wahr. Und dann spüre erstmal, welche Neigung du jetzt hast. Stehst du mehr vorne, Richtung Zehen, stehst du mehr hinten oder ganz grob, stehst du mehr auf den rechten Fuß, stehst du mehr auf den linken Fuß. Spürst du überhaupt deine Füße? Ganz wichtig, wenn Ansagen kommen, erst fühlen, spüren, wahrnehmen und dann salopp gesagt sich wünschen, dass es geschehen mag. Die Ansagen, die da kommen. Die Füße sollen gleichmäßig am Boden sein. Für Anfänger ist es am Anfang absolut ausreichend, die Fersen nach unten zu drücken, die Zehen zu strecken oder die Zehen sogar zu heben. Sonst drück die Außenkanten der Füße scharf nach unten und dann bring das Gewicht von den Außenfüßen zu den Innenfüßen. In der Bergstellung stehen wir ausgewogen auf beiden Füßen. Großzehenbein unten, Kleinzehenbein unten, Innenfersen, Außenfersen. Bring deine Beine Vorderflächen rückwärts. Streck die Arme, spreiz die Finger, hebe Bauch, hebe Brustkorb. Halt die Finger gespreizt und dann hebe noch mehr Brustkorb. Die Schultern sind fixiert, wenn du weiterhin deine Finger spreizt. Atme ein, hebe Nacken, hebe Hinterkopf. Schau gerade aus, deine Lippen weich aufeinander. Lass die Stirnhaut los, halt den Blick nach vorne gerichtet. Schau nicht nach oben, schau nicht nach unten, Augen auf Augenhöhe. Füße fett, satt am Boden. Bring die Beinvorderflächen zurück. Schienbeine, Kniescheiben, Vorderseiten, Oberschenkel. Und jetzt bring deine Sitzbeine, die Mitte der Sitzbeine, nach vorne. Ohne, dass du mit dem Becken und mit deinem Bein nach vorne fällst. Halt die Arme gestreckt, die Finger gespreizt, hebe Bauch, Brustkorb, Finger gespreizt. Du sollst eine Linie haben, von der Mitte der Stirn aus runter, hin zur Nase, über die Mitte des Kinns, über die Mitte des Brustkorbs, runter bis zu den Innenfersen. Von der Seite aus gesehen hast du eine Linie, Ohren, Schultern, Ellbogen, Hände, Finger, Hüfte, Knie und Außenknöchel. Atme normal, ein und aus, gleichmäßig durch beide Nasenflügel. Bleib bei dir. Das ist eine sehr, sehr wichtige Stellung, die meist unterschätzte Haltung, Stellung neben Shavasana, neben der Entspannung. Augen ruhig, Lippen weich, normale Ein- und normale Ausatmung. Und nochmal, steh ausgewogen auf deinen Füßen, Außenfüße, scharf am Boden, Innenfüße fest am Boden. Und wenn du mehr Erfahrung hast, spreiz die Zehen, streck die Zehen. Halt die Großzehen, die Ballen der Großzehen beieinander und spreiz insbesondere die kleinen Zehen weg von den Ringzehen. Streck die Zehen, Außenfüße fest am Boden, Innenfüße fest auf deiner Matte. Also Großzehenballen runter, Kleinzehenballen runter, Außenfersen runter, Innenfersen abwärts. Atme ein, heb die Innenfußknöchel. Innenfußknöchel hoch, Innenoberschenkel hoch, Beinvorderflächen rückwärts. Sitzknochen, bring vorwärts und halte die Beine währenddessen rückwärts. Schienbeine rück, saug die Kniescheiben einwärts, Oberschenkel fest, rückwärts. Gesäßknochen, vorwärts, abwärts. Atme ein, hebe Bauch, hebe Brustkorb. Und jetzt, um mehr Kontakt zum Brustkorb zu bekommen, verschränk deine Finger hinter deinem Gesäß, streck die Arme abwärts. Und jetzt atme ein, bring die Arme auch rückwärts. Und dann bring dein Brustkorb zum T-Shirt und die Schulterblätter weg vom T-Shirt. Das ist eine Aktion, die du oft machen kannst, vor den Stehhaltungen, um wirklich den Brustkorb zu öffnen, zu heben, zu weiten. Langer Hinterkopf, Hinterkopf nach oben, Krone des Kopfes, streb nach oben. Spür den Raum von deinen Füßen bis zur Krone des Kopfes. Die Füße geerdet, die Krone des Kopfes, streb sanft in Richtung Decke. Falls du deine Hände immer noch verschränkt hältst, lass jetzt einfach die Hände wieder los. Platzier die Hände wieder neben deinen Hüften. Tadasana. Bleib nur 30 Sekunden stehen. Spür dich von den Füßen bis zur Krone des Kopfes. Schau gerade aus. Augen, lass sanft los Richtung Hinterkopf. Tadasana. Die Bergstellung. Wenn du magst, schalte jetzt zu einem anderen Video, um weiter zu üben. Wir danken vielmals für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020